In diesem Video sehen wir uns heute die Division von natürlichen Zahlen an. Bevor wir loslegen können, müssen wir uns allerdings noch die Fachausdrücke für die Division ansehen. 32 dividiert durch 8 ist 4. 32 ist in dieser Division der Dividend, danach kommt das Divisionszeichen, gefolgt vom Divisor, in diesem Fall 8. Nach dem Gleichheitszeichen findest du 4 das Ergebnis der Division, und zwar den Quotienten. Bei einer Division gilt das Vertauschungsgesetz nicht, da 5 durch 3 ein anderes Ergebnis hat als 3 durch 5. Das Verbindungsgesetz gilt auch nicht, du darfst also nicht beliebige Teilquotienten bilden. Und zusätzlich ist noch wichtig, dass der Divisor nicht 0 sein darf. Wenn du später mit dem Taschenrechner rechnest und auf eine Division stößt, bei der der Divisor 0 ist, wirst du eine Fehlermeldung am Taschenrechner erhalten. Wir legen also mit dem Dividieren los und ich möchte dir das Dividieren in 4 Schritten zeigen. Wir haben die Division 4563 dividiert durch 7. Als erstes mache ich eine Überschlagsrechnung. Dafür runde ich 4563 auf 4600 und sehe jetzt nach, wie oft 7 in 4600 geht. 7 geht in 46, 6 mal, dann hänge ich noch die beiden Nuller an und ich weiß nun, dass 4600 durch 7 circa 600 ist. Es kommt hier nicht auf ein genaues Ergebnis an, sondern es geht nur darum, dass du ungefähr einschätzen kannst, wo dein Ergebnis liegen muss. Der zweite Schritt ist die Stellenwertbestimmung. Dafür sehen wir uns nun einmal die Rechnung an. 7 geht nicht in 4. Daher müssen wir 4 und 5 zusammenbündeln. Das bedeutet, wir haben 45 Hunderter. Wir haben also ein Ergebnis mit 3 Stellen, da hier die Hunderterstelle ist und hier auch die Hunderterstelle. Im dritten Schritt, nachdem wir nun wissen, das Ergebnis muss irgendwo im Bereich von 600 liegen, das Ergebnis wird 3 Stellen haben, können wir nun die Division ausführen. Wir starten also, 7 geht nicht in 4, das haben wir zuvor schon überprüft, sondern 7 geht in 45 und 7 geht 6 mal in 45. 6 mal 7 sind 42 und wie viel sind 45 und 3 sind 45. 4 und wie viel ist 4 und 0 ist 4. Dann schreiben wir die nächste Stelle herab, also 6. 7 geht in 36. Wie oft? 5 mal. 5 mal 7 ist 35 und wie viel ist 36 und 1? 3 und wie viel ist 3? 0. Nächste Stelle. 3 herab. 7 geht in 13. 1 mal. 1 mal 7 ist 7 und wie viel ist 13? Und 6 ist 13, 1 und wie viel ist 1 und 0. Und diese 6 sind nun unser Rest. Das bedeutet, wir erhalten als Ergebnis 651 und 6 Rest. Der vierte Schritt ist nun noch die Probe. Bei der Probe multipliziere ich nun das Ergebnis mit dem Divisor, also 651 mal 7. 7 mal 1 ist 7, 7 mal 5 ist 35, 5 an, 3 weiter, 7 mal 6 ist 42 und 3 sind 45. Nun haben wir aber auf den ersten Blick ein anderes Ergebnis, als unser Dividend bei der Division war. Der Dividend lautet 4563 und unser Ergebnis der Probe 4557. Das liegt daran, dass wir nun noch den Rest addieren müssen. Also plus 6, das war unser Rest und nun haben wir das richtige Ergebnis 4563. Jetzt sehen wir uns noch an, wie das mit dem mehrstelligen Dividieren funktioniert. Wir starten wieder mit einem Überschlag. In diesem Fall haben wir 600 dividiert durch 50 ist gleich. 50 geht 12 mal in 600, weil 10 mal 50 wären 500 und 2 mal 50 noch der Hunderter auf 600. Als nächstes bestimmen wir den Stellenwert 563 durch 47 ist gleich. 47 geht nicht in 5, geht nur in 56. Wir haben also 56 Zehner. Unser Ergebnis wird also zwei Stellen haben. Im dritten Schritt führen wir diese Division aus. 563 dividiert durch 47 ist gleich. Wir bündeln 5 und 6 am Beginn. 47 geht in 56 einmal. 1 mal 7 ist 7 und wie viel ist 16 und 9 ist 16. 1 mal 4 ist 4 plus 1 ist 5 und 0 sind 5. Nächste Stelle 3 herab. 47 geht in 93. Hier müssen wir ein bisschen überlegen. 2 mal 47 wären 94. Das bedeutet, das geht sich nicht aus. Also haben wir 1. 1 mal 7 ist 7 und wie viel ist 13? 6 ist 13 und 6 ist 13. 1 mal 4 ist 4 und 1 ist 5 und 4 sind 9. Wir haben also 46 Rest. Zu guter Letzt machen wir noch die Probe. 11 mal 47. 4 mal 1 ist 4. 4 mal 1 ist 4. Wir müssen eine Stelle nach außen rutschen. 7 mal 1 ist 7. 7 mal 1 ist 7. Diese beiden Ergebnisse addieren wir. 7, 7 und 4 ist 11. 1 an 1 weiter. 1 und 4 sind 5. Und nicht vergessen, zu diesen 517 müssen wir nun noch unsere 46 Rest addieren. Und wir erhalten 563 als Ergebnis. Wie schon beim Multiplizieren kannst du auch beim Dividieren mit einer 10er Zahl dir das Leben erleichtern. Wir haben hier 124.000 geteilt durch 10. 10 hat einen Nuller, den kann ich streichen. Daher darf ich auch einen Nuller hier streichen. Und ich erhalte als Ergebnis 12.400. Nach dem gleichen Schema funktioniert es, wenn wir durch 100 dividieren. 2 Nuller bei 100. 2 Nuller hier. Und wir erhalten 1240. Und bei 1000 haben wir 3 Nuller. Dürfen also 3 Nuller streichen. Und wir erhalten als Ergebnis 124. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wie immer in dein Schullibungsheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematik Stunde. Wir sehen uns dann auch wieder in der Videobeschreibung und nach dem Video record. Und wenn Leute auf euch видно und dann zu einer Videobeschreibung. Und dann zu einem Bauch komplett die Begleitaufgaben auf dem Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020